So, wir sind wieder da. Brause macht mich eben fit und klug. Da gehen brauche ich aber nicht, kann ich wieder wegmachen. Dann wollen wir eben noch ein bisschen Dachse und Schweinchen und so klopfen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich... Ich weiß nicht, wie lange wir hier rumhängen sollen, weil das ist ja jetzt hier so spannend auch. Ich habe schon die ersten Bemerkungen in den Kommentaren dazu gelesen. Vielleicht auch mal was anderes machen. Äh, du müsstest eigentlich selber noch gebufft sein. Deine Buffs gehen nur weg, wenn du stirbst. Ich hatte aber hier oben keine Buffs zu sehen. Echt? Ehrlich? Ja. Egal. Eines dieser Rätsel, die für immer Rätsel bleiben werden. So, hier war es doch eigentlich schön. Guck mal, da hinten ist doch so ein fetter Eber. Ein Bohr, ein Bär. Böbär. Ein Chrautür will dir... Willst du ranholen? Mach mal. Du hast größere Reichweite, sonst bringe ich da gleich den zweiten mit. Wenn das so gut ist, ich weiß es nicht. Hau zu. Hau zu. Über. So, und nächsten, komm hier. Power-Leveling. Oh, da muss man einen Schritt nach vorne gehen, vielleicht. Oh, der ist rot. Hilfe. Gute, dass ich den nicht... Oh, und der andere ist sogar lila. Ja, den roten können wir von mir aus nochmal versuchen, aber... Ich habe gerade irgendwas auf meinem Desktop-Pling gesagt. Ich hoffe, mit der Aufnahme stimmt alles. Ich gucke jetzt aber nicht nach, was das war. Ich habe leider nur einen Bildschirm hier stehen. Und das ist nicht gut, wenn ich jetzt in der Aufnahme sitze. Schmeiß mir mal so einen Heilzauber rüber. Er hat aber nicht sehr viel Gehalt. Ja, da nur... ...schlange du Mana hast, ne? Och. Ist doch schon tot umgefallen, der Schwein. Ja, ist schon weg. Komm hier, Rabbid Butchers. Hier unten. Ja, genau. Ja, das ist auch, glaube ich, effizienter oder effektiver, wenn wir die Orangen machen, als in so einen roten. Ich glaube, die Hintergrundmusik kann ich auch komplett ausmachen, weil Brause, du machst das schon. Ja, ich habe gerade erst mal den... Ja, wenn ich den jetzt ein bisschen vermöbel, da kannst du mich ein bisschen heilen, dann passt das. Mit meinem tollen Taunschlag kann ich jetzt auch super die Akku halten. Danke sehr. Was sagt dein Mana? Ist das noch... Och, das sieht doch eigentlich noch ganz gut aus. Ja, wir können noch... ...den einen oder anderen... ...Avenger... Können wir noch massakrieren. Na? Na? Ich habe hier die Mana die Blätter im Gesicht. So. Wenn dein Mana-Vorrat zu weit runter ist, ne? Dann macht das so, dass du nicht mehr pullst, dass du nur noch heilst und dich dann zwischendurch immer hinsetzt zum Regenerieren. So wie vielleicht jetzt gerade, dann habe ich es eben. Dauert zwar das Umhauen ein bisschen länger, weil natürlich dein Schaden fehlt. Aber insgesamt geht es, glaube ich, schneller, als wenn wir darauf... Also wenn wir dein Mana immer leer machen und die ganze Zeit im Kampf bist und deswegen nicht ordentlich optimierst. So. Mach mal das Fensterchen auf, dass ich das sehe. Sieht ja noch ganz, ganz fit und frisch aus bei dir. Irgendwie reagieren die heute ein bisschen langsam, die Dachse, habe ich das Gefühl. Meinst du? Ich mache den Meister nach ihnen und dann sitzen sie erst mal drei, vier Sekunden und gucken, was so passiert. Boah, hast du gesehen, wie ich ausgewichen bin? Mann, Mann, Mann. Ja, man merkt das schon, ey. Ob du mit draufcastest oder nicht. Das macht schon einen Unterschied. Oh. So. Heile mich mal eben voll, während ich da die nächsten ranhole. Ja, voll ist jetzt was anderes. Kann nehmen wir aber einen kleineren. Ja, jetzt hast du ja... Oh, ich habe pariert, dass sie... Boah, und jetzt den Follow-Up-Style. Boah, komm. Yeah, yeah. Ich bin ein Wikinger. So, kurz wieder hin. Ich fürchte, was uns gleich bremsen wird, sind die Dachse. Die sind dann nämlich alle weg. Oh, und ich höre das Telefon. Musst du rangehen? Dann stick eben an mir. Ich glaube, das hat... Doch, er hat gestinkt. Sehr schön. Dann mache ich das mal folgendermaßen. Ich recke mich hier erstmal wieder voll. Mal gucken, ich meine, mit einem so einem Dachs müsste ich ja eigentlich fertig werden. Auch wenn Brause mir nicht helfenderweise zur Seite steht. Wenn ich voll gereckt bin. Oh, oder Dachs? Kriegen wir hin. Da von den Schweinchen lasse ich, äh... Gut, das ist jetzt Ora, aber... Ich habe das Gefühl... Ich weiß es nicht. Soll ich es riskieren? Draußen fährt der Krankenwagen vorbei. Ob das, äh... Eine Botschaft ist? Ach, egal. Komm, ich versuche das jetzt einfach. Na, komm, Randschweinchen. So, hier kämpfen wir jetzt. Und jetzt sollte ich natürlich möglichst treffen und nicht daneben hauen. Aber es sieht ganz gut aus. Doch, das kriegen wir hin. So. Muss ich mich natürlich hinsetzen. Das Regen dauert eine ganze Zeit. Und da merkt man mal, wie gut das ist, wenn man einen Brause hat. Oh, hi, Bonedancer. Willst du mit Bonedancern? Ich fange mal. Ah, ne, er rennt schon weiter. Oh, hi. Wibi. Ein Schweinchen habe ich umgehauen, aber das hat mir auch arg ans Leben... Ist mir arg ans Leben gegangen. Oh, ja. Und tue ich dir mal einen. Ja. Einen gut tun. Der war ja... Na gut. Ich beschwere mich nicht. Besser als nix. So, dann nehmen wir das andere Orangenschweinchen auch noch mit. Gerade ist hier so ein Bonedancer vorbeigeflitzt, aber der wollte anscheinend nicht mitmachen. Der hat nur kurz geguckt, was wir hier treiben. Mag hier für dumm Tüch, hat er gefragt. Oh, der ist aber böse. Das hat mit dem anderen gerade besser geklappt. Ich kann ihm ja noch mal einen Schaden zufügen und klein... Ja, mach das gut. Also, solange dein Mana noch voll ist, kannst du da ruhig... Da liegt er rum. Allerdings, solange mein Leben auch nicht voll ist, kannst du auch gerne immer dein Mana dafür ausgeben. Freue ich mich. Ja, ja. Sind denn inzwischen die Dachse wieder da? Jawohl, da sind Dachse. Oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, Brause. Ein Spiel, von dem ich jetzt in letzter Zeit immer wieder gehört habe und mir auch angeschaut habe. ArcheAge oder ArcheAge. Ich glaube, das heißt ArcheAge. Habe ich schon mal hier ein bisschen erwähnt. Ich habe es mir noch mal ein bisschen angeschaut jetzt. Und es sieht wirklich, äh... Naja, vielversprechend aus, würde ich sagen. Aha. Vielleicht sollten wir uns diesem Spiel mal zuwenden. Das ist jetzt in der Beta, glaube ich. Beziehungsweise Alpha auf jeden Fall. Buchstabier mal, dann kann ich mir jetzt mal eben schon mal aufschreiben. Ja, ich glaube, ich habe das schon mal buchstabiert. Ich buchstabiere es auch gerne nochmal. ArcheAge. So, ich habe es jetzt mal in den Chat buchstabiert. Aber dann muss ich ja erst alles hier wieder zumachen, das ja. Achso, da unten, da, da, da unten hast du es. Ja. Schreib du mal aus, ich hole dir in der Zeit den nächsten DAX. Also das fasziniert mich ein bisschen mit seinem, äh, offenen Ansatz. Auf in dem Sinne von sowas wie, ähm, spielerbetriebene Justizsysteme und Wirtschaftssysteme, oder zumindest teilweise das Wirtschaftssysteme. Äh, PvP sowohl zwischen verschiedenen Fraktionen als auch, äh, unter bestimmten Umständen, zwischen den Mitgliedern der gleichen Fraktion. Es gibt auch Burgen zu erobern und dergleichen. Aha, gucke ich mir mal genauer an. Ja. Gucken, ob ich da was finde. Dann könnten wir das ja mal ins Auge fassen. Mich wird das, glaube ich, ziemlich reizen. Vielleicht kriegen wir auch die anderen dazu. Mal sehen. Ist ja immer schwierig mit so vielen Leuten und so. Zeitliche Absprachen zu treffen. Wo alle können. Aber es hat ja vorher auch irgendwie so geklappt. Ja, also von daher. Ja, und was man auch noch machen könnte, halt, äh, Guild Wars 2, da die Story, wie sie weitergeht. Ja, 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 ja. Ist ja natürlich den super Vorteil, dass es kostenlos ist und wir haben es sowieso alle. Also kostenlos im Sinne von Free-to-Play. Kaufen musste man sich das Spiel natürlich. Ja, und da, äh, Arch-Age habe ich mir halt einige Videos angeschaut. Ganz interessante Aktionen. Irgend so eine, äh, Gilde hat da wohl... ...eine Raid veranstaltet. Die sind mit, äh, so Gleitern rübergeflogen über den Ozean zum anderen Kontinent. Da in so eine Hafenstadt rein. Und haben dort gewütet. Haben dann dort, äh, eines der Schiffe im Hafen erobert. Sind dann damit losgefahren. Haben, äh, die, die Stadt vom Schiff aus beschossen. Dann sind die Verteidiger, sind dann in ihren eigenen Schiffen losgestartet. Dann gab es eine fette Seeschlacht. Aber den Angreifern ist es immer wieder gloom. Äh, die, die Schiffe der Verteidiger zu entern. Und dann gegen sie zu verwenden. Also ein Spiel, was sowas zu bieten hat, das, äh... ...ist bei mir sofort ganz weit oben. Ich gucke mal, ob ich diesmal den Seitensteil bei dem reinkriege. Yeah! Hast du das gesehen? Mhm. Der hat so einen Verlangsam-Effekt. Finde ich ganz nett. Ist aber schwierig anzuwenden. Also, weil, wenn man Verlangsamen braucht, steht man ja selten mit der Seite zum Ziel. Beziehungsweise steht das Ziel selten mit der Seite zu einem selbst. Verlangsamen will man Gegner ja entweder, wenn er vor einem wegrennt, oder wenn er hinter einem herrennt. Das sind so die Momente, wenn man gerne Gegner verlangsamen möchte. So, Schweinchen sind wieder rot und lila. Das lassen wir mal besser bleiben. Hey, die Bubbles werden auch langsam mehr. Yo! Wir können mal eben den Spot wechseln. Häng dich mal an mich ran. Wir laufen auf die Vorderseite von der Burg. Hier sind wir irgendwie so ein bisschen seitlich. Da sind nämlich meiner Meinung nach nochmal Dachse. So, hängst du dran? Müsste. Dann geht das jetzt los. Wir können auf Tomter hauen. Ja, Tomter sind immer so eine Sache, weil die kommen unter Umständen mit mehreren. Die haben Fernkämpfer und... Ah ja, Mann. Ach, guck, da haben wir schon den ersten. Dem haue ich jetzt wieder von der Seite rein. Pass mal auf. So, und... Ah, und ich hatte ihn nicht als Ziel am Ende gezählt. Mist, verkackt. Komm, 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 komm. Das geht noch, das geht noch, das geht noch. Ja! Manchmal ist so ein Leck ganz nützlich. Ich glaube, ich versuche das gleich nochmal. Ich versuche das nochmal bei dem da hinten. So, da renne ich jetzt auf ihn zu. Ich habe den Burschen anvisiert. Und haue ihm dann von der Seite mein Style rein. Na toll. You miss. Dankeschön. Er hat sich schnell gedreht. Ja, ich habe auch nicht getroffen. Also es ist nicht nur der Schlag einfach schief gegangen, sondern ich habe ihn überhaupt nicht getroffen. So, was sagt dein Mana? Ach, das sieht doch ganz gut aus. So, auf da hinten. Da, diesen Dachsen in der Ferne. Da versuche ich das jetzt nochmal. Krumm. Ich habe ja auch keinen Speed an. Das müsste doch super einfach funktionieren. Äh. Your target is too far away. Nicht ganz so einfach. Aber jetzt will ich es natürlich wissen, ne? Da habe ich schon den nächsten Kunden. Not in view. Okay. Nochmal. Und zack. Too far away. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich gerade so schlecht, äh, eine schlechte Verbindung habe. Oder vielleicht den Lacks oder so, dass das da anliegt. Möglich ist es. So, ich versuche das nochmal bei dem da vorne. Und diesmal. So. Ne? Speed an. Ziel anvisiert. Hey, warum ist mein Speed hier nicht an? So. Hatte ich den die ganze Zeit an, oder was? So. Dann. Kampfchant. Und. Ne. Es klappt einfach nicht. Ich glaube, ich benutze den Style lieber dann, wenn du dir die Akku gefangen hast. Oder so. Ich muss mir das mal wieder ein bisschen Manner nachdanken. Ja, wir machen jetzt sowieso eben einen kleinen Cut. Weil wir sind schon wieder bei einer Folge. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und Cut. Und dann geht's. 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 Vielen Dank.